Jetzt und hallo und herzlich willkommen zurück zum Call of Duty 2. Wir spielen mal wieder die amerikanische Kampagne und wir starten, würde ich sagen, direkt mit einem wundervollen Ladebildschirm. Naja, zum Glück sind die einigermaßen kurz. Untertitelung des ZDF für die US 9th Armored Division. German forces desperately establish new pockets of defense along the length of the Rhine River in an effort to slow the Allies' advance. Then, on March 24th, a massive assault is unleashed by Allied airborne divisions to secure positions east of the Rhine. At the same time, at various points up and down the river, more Allied forces prepare to make their own crossings into the heart of Germany. Okay, anscheinend sind wir entweder ein Fallschirmjäger oder wir müssen über diese Brücke oder wir haben eine schwimmende Brücke gebaut. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ja, wahrscheinlich steht das ja auch da drin, aber ich bin zu gut zum Lesen. Ach, seht ihr? Wir fahren einfach. Boah, wie kann man denn hier zielen? Komm! Ich schau dir. Und raus hier. Oh mein Gott. Der beste Einstieg für eine Folge ist Dettro. So, jetzt macht es Boom. Oh, äh, vier war es in der Worldcruidate. Was habe ich jetzt dahin geworfen? Wollte ich aber gar nicht. Ähm, ich sollte vielleicht, ähm, keine Ahnung, was ich machen sollte. Aber ich sollte nicht einfach da stehen bleiben. Au! Verdammt! Vielleicht sollte ich mich erstmal hinlegen. Ah, mein Headset rutscht wieder. Ja. So. Runter. Schön. Keiner sieht uns. Keiner sieht uns. Nein, ich bleib hier. Scheiße! Und rüber! Sauber. Oh ne! Wie so steht der Ausge... und granate und noch eine granate vielleicht die besser so nachgeladen hier ist keiner mehr cool was kann man jetzt damit nein nein NEIN! Okay. Ich benutze es am besten gar nicht. Oh, tut mir leid. Ich bin jetzt etwas erkältet. Oh, tut mir leid. Da. Wir rein hier. Perfekt. Super. Ich würde sagen. F. Geused. Und fertig. Und. Oh mein Gott. Nein! Das ist mit hier oben. Hier kann ich denen auch nicht helfen. Okay. Die müssen sich den Weg schon alleine freischießen. Drei schießen. Komm schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist mit dem Weg. Jetzt müssen wir den Weg getan haben. Au. Nachladen. Und. Oh mein Gott. Ähm, ja, ich hoffe, mir ist gerade was runtergefallen, ich hoffe, mein Headset nimmt noch auf. Wenn nicht, habt ihr die nächste Folge halt keinen Ton. Ähm. Boah, hüpfen wir nicht vor deine Nase um. Wow, keine, keine, keine. Gute Idee. Ich muss vorsichtiger sein. Komm, explodiert. Perfekt. Und. Boah. Boah, was ist das für... So. Explodiere.